Mein Schild für Argus! Stopp dann! Ich frage mich, ob... Fehler geschehen, selbst in der Natur. Ich habe keine Zeit für ein Spielzeug. Das erste Opfer. Stopp dann! Wann? 21 zu 27. Noch sieht das ganz gut aus, aber... ...Selvanas jetzt tutet. Ich glaube, wir hier... ...hier... 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 Ich hab Illidan, Stormrage und Sieger aus. Das tut mir leid. Aber ich kann doch ganz schön auf die Mütze bekommen. Muss ich nicht zurückleben und hoffen, dass alles gut ausgeht. Ich hab ihn wieder zu Nordmensch ausgespuckt und dafür auf das Rausspielen von Mal der Natur verzichtet. Ich frage mich, ob Zeit verfliegt. Das tut mir leid. Das musste sein. Meine Augen sind offen. Ich hab das schon ganz tolle Gehre gemacht. So geht hinter mir im Deckung. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Aber er funktioniert eigentlich. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich übernehme das. Nein. Abherrn ist ja doch definitiv. Wenn ihr denkt. Was er er schafft ist natürlich auch, wenn ich jetzt aufzumabe. Ich bin mir nicht ganz sicher, denn ich hab weißt, was es noch. So wie ein Tiger gilt. Das ist mal zwei meine Besucher. Gut gespielt, gut gekämpft, er geht nicht. Ich danke euch. Fünfmal gewonnen, wir spielen weiter, ich hoffe, dass ich noch einen Gegner finde, falls ihr das gerade eben, wo ich jetzt keine Ahnung davon gehört habe, ich war so unglaublich frei zu übersehen, dass mein Mikrofon los war, ich hoffe, es ist nur im Zwischenzeit ausgewesenen, nicht die Mikrofon los war, ansonsten, Malfurion, gegen Sieg oder Tod, ich muss die Wildnis schützen. Grüße. 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 Was machen wir? Mach mal das. Ich will einen Coyne. Hey, 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 hey. Jetzt ist mir ein bisschen Blutvergießen. Die Trolle fliegt nicht, die Trolle. Ja wie Bären, so würde ich mir ein paar Daten nehmen. Komm dann! Ich treme noch nicht auf die Mütze von den netten Herren Garauschen. Oh! Sanitäter! Geladen und entsichert! Stop dann! Ich habe mich allerdings immer noch auf engen Sprache. Der auch ist der Jobstack höher. Ich riecheplos! Ich riecheplos! Ich riecheplos! Ich riecheplos! Ich riecheplos! Ich riecheplos! Ich muss jetzt hier stehen. Ich bin hier ein Pack-Opfer. Das erste Opfer. Ah, das ist natürlich, evoke, evoke. hmmm Benötigt ihr einen Segen? Das ist Glück. Das ist wirklich großes Glück. So, was könnten wir denn jetzt machen? Also, ich könnte Clown spielen. Hm, ich frage mich, ob... Hm... Wir machen das südfeilere Spiel. Mein Schild für Argus! Was macht uns? Glaub dann! Manche sich fragen warum das ganze... Niemand kommt an dir vorbei! Der schwarze Ritter... Jetzt bin ich gespannt! Auf nach Norden! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ein Treffer. Für die Wildnis. Gut gespielt. Das war es, nach 5-7. Wollt ihr etwas in die Luft jagen? Das ist mal schön auf sich selbst. Aber gut, das ist mir egal. Was das wiederum bedeutet? Jetzt gibt es mal wiederum. Jetzt gibt es mal wiederum. Okay. Jetzt müssen wir wieder rein. Also die Animation ist einfach göttlich gut genug. Okay.